Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen December Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, werde ich jetzt 12 Videos bis zum 24. machen. Also einen Adventskalender. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich alles erkläre, ich verlinke es euch nochmal unten in der Infobox. Und zwar gibt es in diesem Video natürlich wieder eine Verlosung. Und zwar verlose ich in diesem Video ein wunderschönes iPhone 8. Und diese Verlosung geht natürlich an all meine Abonnenten da draußen. Und das einzige, was ihr tun müsst, ist dem Video einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr natürlich sehr, sehr schnell Abonnent werden und einfach nur auf den Abonnieren-Button klicken. Und schon macht ihr mit bei der Verlosung. Übrigens wird sich in diesem Video mal wieder ein Buchstabe oder eine Zahl verstecken. Diese braucht ihr für den Hauptgewinn am Ende des Dezember. Und zwar gibt es natürlich einen Riesengewinn. Also falls ihr gerne wissen wollt, was der Riesengewinn ist, wie gesagt, gucke ich gerne das Video an und dann erkläre ich alles. Und zwar dachte ich mir für dieses Video, dass ich mal etwas mache, was ich noch gar nicht gemacht habe. Übrigens bin ich gerade hier im Büro, also falls es euch ein bisschen komisch vorkommt. Und zwar habe ich hier ganz, ganz viele volle Kisten voller Geschenke von euch. Und zwar von der Glow und von der Stylorama. Die habe ich jetzt alle schön gebunkert und dachte mir, okay, ich gucke sie mir noch nicht an. Es war sehr, sehr hart, sie sich nicht anzugucken. Aber ich wollte sie unbedingt mal mit euch angucken, vor der Kamera. Und einfach mal zeigen, wie viel Talent und wie viel Liebe hier einfach darin steckt. Also vielleicht kommt hier auch euer Geschenk drin vor. Also deshalb wäre es ja umso cooler. Ich fange einfach direkt mal an. Und zwar habe ich hier ein Haargummi. Das ist hier ein Plakat. Oh, mega schön. Voll süße Plakat. Guck mal, hier steht Dagi und dann steht hier die schönste. Für D, A für Atem, warum G, für gefühlvoll und E für intelligent. Also hier ist Dagi in anderen Sprachen. Stehen nur leider keine Namen drauf. Oh, eine Box of Good Wives. Und natürlich ist die Schrift in Holo. Was sonst? Bin ich mir mega gespannt, was da jetzt drin ist. Oh, 21.9. Guck mal bitte, wie süß das gematt ist mit so Perlen hier dran. Da ist hier ein Zettel drin und zwar steht hier, hi Dagi. Ich hoffe, es geht dir gut. Und du hattest bis jetzt einen schönen Tag. Vielleicht wird dein Tag mit meinem Geschenk ja noch besser. Ich habe mir gute Laune-Treats von ihr rausgesucht, bei denen ich immer glücklich werde. Oh, immer wenn du also in diese Box schaust, wenn du traurig bist, kannst du sehen, wie wunderschön das Leben ist. Meine absoluten Lieblingsbilder von dir habe ich auch noch reingetan. Danke nochmal für alles. Deine Jenna. Oh, wie süß. Mega süß. Und dann sind hier ganz viele Bilder von mir. Uh, und sie schreibt hier meinen Merch von dir und das wird noch mehr. Und dann hat sie ein Foto davon, Mama, von den ganzen Sachen, die sie aus dem Dagi-Shop hat. Das ist krass. 21.9. Für mich bedeutet das so viel. Och, mega süß. Ah, und dann sind hier tatsächlich Tweets von mir drin. Und zwar ist hier ein Tweet. Ich liebe es, mit euch Zeit zu verbringen und über jeden Scheiß zu lachen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist dann einfach nur ein Herzchen. Hallo, wünsche ich euch allen einen erfolgreichen Tag. Life is better when you're laughing. Jeder Tag ist ein Geschenk. Och, mega süß. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Behandelt jeden Menschen, so wie ihr auch behandelt werden wollt. That's true. Da haben wir hier Geschenke. Aha, aha. Jetzt kommt's. Duschgel. Ich wusste es. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Duschgel ich einfach zur Pop-Up-Tour geschenkt bekommen habe. Das waren locker 200 Tuben. Also, wirklich, ihr müsst mir keine Sachen kaufen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich freue mich natürlich immer wieder darüber, aber das sind einfach so materielle Dinge. Ich freue mich viel mehr über so Kleidigkeiten, über Briefe, über so Boxen. Hat sie selber gemacht, wo ihr halt nicht wirklich viel Geld ausgeben müsst. Und zum Beispiel, das ist auch nicht günstig. Und ich hatte so viel Duschgel und ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Ich habe das einfach an alle verteilt aus meiner Familie. Also, die haben, glaube ich, für die nächsten fünf Jahre erstmal Vorrat. Aber es riecht sehr, sehr gut. Ich liebe solche Sachen. Also, so richtig mit Liebe gemachte Bücher. Hier steht für Dagi. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Und zwar ist das die Jasmin. Mega süß. Für Dagi. Hey Dagi, ich dachte mir, dass ich wieder mal eine Kleinigkeit für dich mache. Einfach als Dankeschön. Wie süß. Und das ist dann so mega... Oh, mega süß mit Suli. Life is better when you're laughing. Gerade ein Tweet von mir. Oh, mega süß gemacht. Richtig, richtig schön. Mega schön. Dankeschön, Jasmin. Voll schön gemacht. Richtig, richtig süß. Und es sind noch so viele Seiten. Oh mein Gott. Oh, wie schön ist das bitte? Dankeschön. Uh, ich habe eine Tasse. Geschenke geschenkt bekommen. Mit Badekristalle. Habt dich lieb. Auch hier seid ihr zu lieb. Und was ist da noch drin? Ein Deo und eine Maske. Da sind ganz viele Herzen auf der Tasse. Dankeschön. Oh, Suli. Wir haben ganz viele Leckerli. Suli. Leckerli. Leckerli. Komm mal her. Sie kommen schon angelaufen. Komm mal her. Hier ist die Suli. Guck mal, das ist für dich. Wolltest du das haben? Oh, die ist so. Das sieht einfach aus wie Bacon. Man sieht es immer nicht so direkt. Man muss es immer beschnuppern. Was haben wir noch hier drin? Noch ein Kuscheltier. Suli. Ein Kuscheltier für dich. Deine Instagram Community von Letty. Voll süß. War auch auf der Pop-Up Tour. Jetzt folgen Bilder, wo deine Bienchen dich getroffen haben. Oh, mega süß. Du bist fabelhaft. Prickel für dich. Der kleine Prosecco mit Botschaft. Was? Uh. Leute wissen, dass ich Polin bin und schenken mir Prosecco. Im Einhorn. Und zwar habe ich hier ein Paket für mein Idol von Chanel. Boah, geiler Name. Okay. Oh, okay. Einfach so ein Spielzeugtelefon und ihre Nummer drauf drehen. Ist auch sehr kreativ. Ganz, ganz viele Duschgel und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich werde das sowieso, also ich kann das alles sowieso nicht benutzen. Deshalb bitte, 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 gebt kein Geld für mich aus. Das ist sehr, sehr gut. Das ist so viel. Dann habe ich hier, mega geil. Das habe ich gerade leider nur hier so dazwischen entdeckt. Und zwar ist das, das ist ein Luftballon mit meinem Namen. D-A-G-I-D. Okay, dann habe ich hier eine her Natur und eine Tüte. Oh, mega süß. Eine Tasse mit einem Foto. Add Dagi Army on Instagram. Bier wie same, praktisch geschenkt. Uh, schon wieder ein Stopp hier. Das für Sula. Suli, bitte haben. Nicht das haben. Bitte. Guck mal, das ist eine substance. Das ist wie Weihnachten. Das ist alles total süß. Verpackt und so. Oh, das ist wirklich wie Weihnachten. Guck mal, jetzt sind wir in der Zuckerstange drin. Ein Labello. Dann ist das... Oh, das ist das Geilste. Einfach leckerlichste Sula, weil die einfach alle auf ist. Dankeschön. Oh, mega süß. Es ist so ein Einmachglas und es steht 219 Sätze. Warum du mein Idol bist. Warum du ein wundervoller Mensch bist. Warum ich dir dankbar bin. Und dann steht da 219 und wie ist das denn? Okay, ich mach mal einen auf. Die sind so... So süß und liebevoll verpackt. Boah, ich würde gerne wissen, was das für eine Arbeit war. Ich mach mal eins auf. Danke, dass du so offen bist. Voll süß. Schlechte Launat oder so. Dann hab ich das auf meinem Tisch stehen und dann kann ich immer wieder reingucken und gucken, was ihr mir Süßes geschrieben habt und das... Man sieht einfach, wie viel Mühe ihr euch gebt und es ist so, so süß. Das ist aber ein... schwere Tüte. Uh, eine Handyhülle. Dankeschön. Oh ja, das habe ich auch schon auf der Pop-Up-Tür bekommen. Hier ist sogar der Insta-Name dabei. Dagi Light Dagi. Und das sieht so cool aus. Das sind so kleine Karikaturen von mir. Und das ist ein Sticker. Das heißt, theoretisch gesehen, kann ich mir jetzt auf die Stirn treten. Guck mal, da hab ich sogar dasselbe an. Das sieht man gar nicht. Das hab ich dasselbe an wie jetzt, also nur als T-Shirt-Version. Yey. Aber da stehen kaum Namen drauf. Also ich muss natürlich auch immer wissen, von wem das ist. Das wäre ja ganz schön, wenn ich das mal draufschreiben konnte, damit ich auch direkt weiß, von wem das ist. Damit ich mich auch bedanken kann. Boah, das war auch so eine riesen, riesen Box. Und zwar ist das von... Oh, die steht schon wieder in deinem Dorf. Dagi's Clip. So heißt er auf Instagram. Und zwar ist einfach dieses Buch drin. Burger und Bagels. Und da hab ich gesagt, oh, das Buch hab ich schon. Ups. Aber mega süß. Dann haben wir hier einen Schokoschuh. Theoretisch gesehen, kann man ihn... Soll ich den essen? Es ist kaum zu glauben, dass das einfach Schokolade ist. Das glaubt mir doch keiner. Soll ich mal reinbeißen? Wow. Jetzt ist das echt die Schokolade. Oh mein Gott. Nur voll viele andere Schokoladensachen. Ich habe so eine Mappe. Oh, mega schön. Richtig schön gemalt. Uh, was ist das denn? Ein Burger aus Schokolade. Ist das Burger schon allein schon mega viele Kalorien? Nein. Man muss da dir natürlich noch einen Burger Schokolade schenken. Oh, hier ist mega das süße Schlagat. Oh, danke schön. Von wem ist das? Bleib immer so, wie du bist. Außer du kannst eine Biene sein. Dann sei eine Biene. Oh, eine... Jetzt vertrocknete Rose. Scheiße. Aber vertrocknete Rosen bringen Glück. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr damit erreichen wollt, dass ich die ganze Zeit Schokolade bekomme. Aber wenn ich die komplett aufesse. Ich glaube, ich würde mal ein YouTube-Video machen, wo ich die komplette Schokolade aufesse, die ihr mir geschenkt habt. Dann sitze ich, glaube ich, erst mal fünf Jahre auf dem Klo. Keep calm and be a bee. Oh, ein Ordner. Mit mir drauf. Newspaper for Duggie Bee. Alles klar. Ich bin mal gespannt. Liebe Duggie, wir haben in dieses Fangeschenk sehr viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Ja, man sieht's. Oh mein Gott. Warum bitten wir dich, dass du dir das in Ruhe und mit Lust durchlässt? Okay, ich habe Lust. Deine Geschichte der Kindheit. Oh, du bist am 21. September 1994 geboren. Können wir aber bitte darüber reden, was für eine schöne Schrift du hast? Oh, ich muss mir das gleich mal in Ruhe angucken. Es ist mega süß. Dein Freund Eugen, du, gebt euch das mal. Dieser komplette Ordner ist voller meiner Gesichter. Oh mein Gott. Oh, das ist einfach... Ist das nicht Boo? Ist das nicht auch ein Pomeranian? Luli! Luli! Komm hier, Kylie! Okay, dieses Geschenk habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Und ich habe so darauf gewartet. Und ich habe einfach gehofft, dass es jetzt so schnell wie möglich kommt. Und zwar ist es von Teenie. Das ist eine sehr, sehr begabte Zuschauerin von mir, die so schöne Sachen macht. Also schaut euch mal bitte einfach nur vorne. Also vorne an und hinten. Wie schön ist das? Hey Duggie, ich habe mir gedacht, in dieses kleine Büchlein klebe ich einfach mal die Teile deiner 21.9 Collection dieses Jahres. Dort ist es ja damals schon auf Twitter gesehen, was mich übrigens riesig gefreut hat. Doch ich wollte es dir in irgendeiner Form persönlich überreichen. Und jetzt so eine schöne Schrift. Kann man bitte so viel Talent haben? Wie geht das? Alles wie das aufgeklebt ist, mit den Hintergründen. Das ist so, so schön gemacht. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Kann man dich einfach irgendwie arrangieren, dass du unsere Kollektion immer malst? Wie geil ist das bitte? In diesem letzten Teil hier wollte ich dir noch ein paar Worte im Namen deiner Community überbringen. Du bist eine unbeschreiblich tolle Frau mit dem schönsten Charakter dieser Welt. Wir schätzen dich als Person so sehr und sind mehr als nur froh, dass es dich gibt. Wir danken dir für wirklich alles. Danke, dass du uns mit dem, was du tust, aber auch mit dem, was du bist, glücklich machst. Oh, wir, deine Bienchen, haben dich so lieb. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du bist und bleibst die Beste. Ganz viel lieber an dich, deine Tini. Oh, wie süß. Dankeschön. Ja, hier ist... Boah, es quietscht ja richtig hart. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich habe noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber sonst würde das Video auf jeden Fall viel zu lang gehen. Ich danke euch von ganzem Herzen für die ganzen Geschenke. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht nötig. Also, wie gesagt, ich freue mich so sehr über kleine, selbstgebastelte Sachen oder über Briefe. Ihr müsst wirklich kein Geld für mich ausgeben. Aber ich danke euch wirklich von Herzen und für die ganze Liebe und für die ganze Mühe, die ihr euch immer gebt und die ganze Liebe, die ihr mir schenkt auf solchen Events gerade auch. Kommen wir mal aber wieder zu der Verlosung. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, dass dieses wunderschöne iPhone 8 an eines meiner Abonnenten da draußen verlost wird. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und in die Kommentare zu schreiben, warum gerade du dieses iPhone haben möchtest. Und ich hoffe, ihr wart aufmerksam und habt die Zahl oder den Buchstaben in diesem Video hier entdeckt. Schreibt es euch auf jeden Fall auf und sagt es nicht weiter. Also schreibt es nicht in die Kommentare. Damit erleichtert ihr es nur den Leuten da draußen, dass sie vielleicht den Riesengewinn bekommen. Deshalb behaltet sie auf jeden Fall für euch, aber schreibt sie euch auf. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Da kommt das nächste December Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und fühl dich alle geknutscht, gedrückt und vielen, vielen Dank nochmal. Und wie gesagt, wir sehen uns in zwei Tagen wieder und ich freue mich. Und bis dann. Tschüss.